Du willst zu knallern? Warum nicht? Du lässt mich um dich zu knallen? Sorry, gar nicht hast du! Hey big man! Du willst neue Knall? Oder auch nicht? Oder doch? Hey sexy man! Du willst mich um dich zu knallen? Warum nicht du dich zu knallen? Hey sexy man! Du willst mich um dich zu knallen? Oh, 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 oh. So, da sind wir also wieder. So, sorry für die kurze Unterbrechung, da habe ich jetzt kurz mal in Einstellung die Audiospur, also die Dialog. So, sorry für die kurze Unterbrechung, da habe ich gerade mal in der, in den, so, sorry für die Unterbrechung, da habe ich in Einstellung kurz mal die Audio etwas angepasst, damit die Dialoge etwas lauter sind. Außerdem kann ich jetzt hier, wie schon gesagt, den Reshade aus- und einschalten. Wie man sieht, ist das Ganze irgendwie etwas atmosphärischer als vorher und etwas gelblicher oder oranglicher so. Passt dem Ganzen eigentlich recht gut. Nee, nee, alles gut. Gut, also, dann gehen wir mal weiter. Dann schauen uns mal, was wir hier sonst noch so machen können. Dragon Kick, ich verzusehe hier, Wumms, erhöht im Nahkampfschaden. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Mal schauen, was hier vorne auf uns wartet. Okay. Haha, da ist ja. Nene, du bleibst schon hier. Da hat das Spiel gerade richtig geruckelt, wie es aussah. Oder vielleicht sah es auch nur so aus. Und den Parkour Aspekt im Spiel ist auch eigentlich cool, finde ich. Hat auch etwas von Watch Dogs oder Resident's Creed. Sorry, ich muss noch mal kurz durch. Darf ich ihn kommen? Holy shit! Sorry, ich muss durch. Sorry, geht doch mal beiseite, man. Hey, come on, really? Shit! Ich brauche deine Hilfe! Ich brauche deine Hilfe! Ich brauche sie! Ich brauche sie! Einer traut es dich nichts. Komm! In die Müllzone oder auch nicht? Schade. Habe ich gedacht, ich könnte ihn in die Mülltonne werfen. Ich brauche siehst! Shit! Ich musste aus der Ecke raus. Komm! Hier! Ohohoho Schon recht brutal Können wir sonst noch was machen? Jetzt die Mülltonne Jetzt können wir die Mülltonne gebrauchen Nice Komm her Ming, du hast keine Chance Hm, natürlich Messer Ist klar Shit Den müssen wir eigentlich zuerst erledigen Sorry für die Kamera manchmal Okay, den können wir nicht greifen Aber ich Ohohohohoho Ohohohoho Ohohohoho Ohohohohoho Wenigstens haben sie manchmal auch etwas Angst Oder sieht es zumindest so aus Nee, nee, nee. Niemand killt mich. Du kommst hier rein. Haha. Und hier schön gebrutzelt. Wirklich? Schön konnten. Shit. Das Messer zieht natürlich viel an. Are you dead? Yes. Dahlgeist werden dich töten. F*** Dahlgeist. Winsen owns this area. You f*** with us and you'll regret it. Okay, okay. But please, make sure Dahlgeist doesn't kill me. Fuck. Fuck. Du ist der Kst. Aber ich denke mir gerade an den Freipost. Das war's. 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 nicht in jedem Spiel. Von daher. Und sogar die Toilette benutzen. Okay. Ja, jeder hat Bedürfnisse. Jetzt müsste man eigentlich die Hände waschen. Nicht vorher. So. Gut. Ah. Okay. Können wir da auch irgendwas essen oder kochen oder so? Sieht nicht aus. Sieht ja ganz reizend aus. Holen Sie Ihren Motorrad aus dem Parkhaus. 2 von 15. 3 für nächstes Gesundheits-Upgrade. Okay. Bei 5 schreien können wir also etwas Gesundheit dazu kriegen. Oder erhöhen. Wie es aussieht. Parkhaus. Reden Sie mit dem Parkwächter, um Ihr Fahrzeug abzuholen. ein Motorrad. Dieses klassische Motorrad setzt auf Stil anstatt auf Geschwindigkeit. Ich habe das Spiel natürlich schon mal früher gespielt. Allerdings die normale Version. Und deshalb weiss ich, dass die Steuerung bei den Fahrzeugen richtig beschissen ist. Ähm. Mal schauen, was wir jetzt machen werden. Dynamische Legende. Markieren Sie eine Karten-Symbol, um mehr Informationen zu erhalten. Krankenhäuser-Kosten. 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 Modetipp. Massagesalon. Steifenpoizist-Poizzei. Legendäre Outfits. Da das hier den Nachtmarkt ist, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal dahin. Da wir ja hier schon waren. Können wir das die Stadt anschauen? Das ist ein Musik. Aber das war's dann auch schon. Mal schauen, was uns hier erwartet. Nee, geht voll klar. Ey, what the fuck. Really? Die haben uns einfach ausgeraubt. Da lag was Blinkendes. Ah, dann kriegen wir schon. Immer schön Konten. Killserie, 3 Ergebnisse. Nice. Und ohne Geld zurück. Nein, Gefälligkeit weiß keiner. Okay. 500 Hongkong-Dollar, die du Scheißkerl mir geklaut hast. Okay, irgendwo hat hier was geblinkt gerade. Beim Vorbeilaufen habe ich das gesehen. Hier. Hier. Tresor. Oh, nice. 10.000. Einen von 40 in Northpoint. What? 40.000 Hongkong-Dollar versteckt? Oder auch nicht. Ja, möglicherweise. Superheldenlandung. Ähm. Unser Motorrad ist weg. Ja, nice. Was ist das für ein Zeichen? Gut. Ah, wahrscheinlich Essen. Ja. Einsatzziele überfanden. Lieferung. Neuer Fall verfügbar. Erstmal noch die Karte hier anschauen. Wow. War eine ganz gute Größe. Boutique. Eine Krankenhäuser kosten. Gehen wir mal da hin. Erstmal ein paar Nebenaufträge machen, damit wir die Stadt etwas besser kennenlernen. Jetzt müssen wir halt etwas laufen. Es ist eben Nachtmarkt, da können wir gar nicht hinfahren. Von daher laufen wir da gleich rechts rum und dann durch die Mitte. Oh jeala. Oha. So. Oha. So. Ich muss da durch. Oha. 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 So. Oha. So. Oha. wenn ich alle immer anrämpele und die alles fallen lassen wegen mir. Hey big man, you want some new clothes? Oh man. Wahrscheinlich ist es genauso an Nachtmächten im asiatischen Bereich. What do you want? Mrs. Chu suggested I talk to you. Is she a friend of mine? I need a favor. What do you need? My husband is in the hospital and I can pay the bills. The only thing we have of any value is our car. You want to sell it? No, I want you to run it in the harbor. I'm sure it's really good. Okay. Nice, Versicherungsbetrug. Okay. Können wir gerne machen. Und da ist noch ein Tresor. Das kennt man irgendwie auch aus diesem asiatischen Bereich, dass die Leute gerne mal vor das Auto rennen. Und zu tun, als ob sie angefahren werden. Eben Versicherungsbetrug zu machen. Da habe ich schon oftmals so Videos gesehen von... Aber gut, das Auto sieht jetzt auch nicht mehr ganz so gut aus. Und daher können wir das ruhig machen. Und daher können wir das ruhig machen. Sorry, ich muss kurz hier durch. Krankenhäuser kosten. 2000 Hongkong Dollar. Nice. Und das Auto... ...ist Geschichte. Was für Aufträge das sind. Okay. Sieht die Kleidung nass aus? Vielleicht. Schwer zu sagen. Wäre ein cooles Detail. Und so wäre. Ich hjäl' euch auf!